109. Zu dieser Fusion heute mal aus Vorbericht und Podcast. Ich bin ja ganz ehrlich, das liegt einfach an ein Zeitproblem. Das war diese Woche aufgrund vom Praktikum und eben auch nach dem Praktikumsalltag, der ja auch schon den ganzen Tag einnimmt, das ging diese Woche nicht. Da ging auch so viel ab, das war schlicht und ergreifend. Die Möglichkeit, danach wirklich auch einfach keine Kraft, einfach, wie gesagt, keine große Lust. Die einzige Möglichkeit, die gewesen wäre, wäre den Stream ausfallen zu lassen. Also den Donnerstagabend-Stream, den Community-Stream und da halt den Vorbericht zu machen. Aber das ist ja auch nicht so wirklich Sinn der Sache. Deswegen gibt es jetzt hier, gefühlt nur kurz vorm Spielhof gesagt, vielleicht kannst du ein oder andere während der Weekend-League oder während der Zweitiger-Konferenz oder wie auch immer anhören, weil es wird ein längeres Ding. Bin mal gespannt. Das Glas ist hier neben mir zum Trinken. Das könnte ein bisschen dauern, weil wie gesagt, wir machen jetzt hier den Vorbericht. In allererster Frage, damit die sich hauptsächlich für den Vorbericht interessieren, würde ich mal sagen, mehr Leute interessieren sich nicht für den Vorbericht als für den Podcast. Einfach der Anfang ist der Vorbericht. Danach gehen wir in die aktuellen News rein quasi. So machen wir es diese Woche. Wie gesagt, war einfach nicht anders möglich, aber ich will es euch trotzdem irgendwie noch bieten, diesen Vorbericht, ihr kennt es ja. Also, wir legen los. Auch der Link in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Der Link-It-Link, wo alle Links drin sind, wird auch wahrscheinlich diesmal unsagbar lang werden. Wir fangen an. Gegner. SC Freiburg. Da geht es am Samstag hin. Geht es für mich morgen hin, für euch vermutlich heute hin. Ich tippe mal auf Samstagmorgen. Ins neue Stadion. Auch erstes Spiel für uns im neuen Freiburger Stadion. Und ja, was willst du so Freiburg sagen? Die spielen eine überragende Saison. Sechster Platz mit 30 Punkten. Im Pokal sind sie auch weitergekommen. Haben der, wie gesagt, nachdem das alles schon rausgeflogen ist, auch durchaus irgendwo halbwegs realistische Chancen, da noch weiterzukommen im Pokal. Spielen eine Wahnsinn-Saison. Und können sich vielleicht auch wirklich mal am Ende mit internationalem Wettbewerb oder eben mit einem, übertrieben gesagt, einem Pokalsieg vielleicht sogar mal, auch dafür belohnen, die Freiburger. Ist ja ein sympathischer Klub. Arbeiten erst unfassbar lang. Auch wenn man es hier immer wieder surreal, ne? Wenn man jetzt hier guckt bei Freiburg auf die Kicker-Seite. Trainer Christian Streich im Verein seit 1995. Es ist krank. Kapitän Christian Günther im Verein seit 2007. Das ist einfach eine wilde Nummer. Und die spielen eine grandiose Saison. Hat jetzt eine mini, mini, mini kurze Phase, wo wir jetzt halt mal in Dortmund verloren haben. Das passiert halt mal. Auch ein bisschen höher. Und dann eben auch gegen wen? Gegen irgendwann haben wir noch Unentschieden gespielt irgendwie. Bielefeld, genau. Bielefeld. Aber kommen wir später zu. Die haben ja jetzt gerade eben ihr Spiel beendet in Frankfurt. 2-0 gewonnen. Super. Macht uns richtig Laune. So ein Spiel wieder. Die scheinen ja gerade in guter Verfassung zu sein, die Bielefelder. Also vielleicht war es da auch nicht so krass, die gegen die 2-2 gespielt haben. Und war ja auch ein Torwartfehler von unserem Ex-Keeper. Obhoff bei Freiburg, der ein bisschen dafür gesorgt hat. Und jetzt kommen sie einfach daher. Wir haben vielleicht ein bisschen gehofft. Die haben Pokal am Mittwoch. Vielleicht lassen die da ja irgendwie Fitness oder so. Vielleicht lassen sie da irgendwas liegen im Pokal. Vielleicht kommen sie ein bisschen K.O. in den Samstag. Nö, die haben sich einfach nur fröhlich warm geschossen. Die haben mal fröhlich Hoffenheim mit 4-1 aus dem Pokal geschossen. Also wie gesagt, in Hoffenheim. Das musst du aktuell auch erstmal bringen. Also Hoffenheim ist ja eine Tabelle auch sogar noch vor Freiburg. Die sind ja auch sehr, sehr gut dabei gerade. Und die klatschen die mal eben kurz 4-1 weg. Also ich glaube, der Pokal ist nicht unbedingt ein Argument, das dafür spricht, dass da mehr geht am Samstag. Ich sehe es auch nicht, dieses von wegen, die im Pokal unter der Woche spielen, haben es schwerer am Wochenende. Ich glaube, das belegt sich auch statistisch gar nicht. Also keine Ahnung, wie viele machen sich die Teams, die im Pokal gespielt haben, am Wochenende auch immer meistens noch ganz gut. Weil es einfach auch vielleicht ein bisschen mehr im Flow sind. Und dadurch noch eher, als dass bei denen irgendwie Fitnessprobleme auftreten. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht als Argument für uns oder wie auch immer. Da übrigens in der 3-4-3 gespielt, Stotterbeck da hinten drin auch eine Hütte gemacht, so wie ich es sehe, oder was hat er gemacht? Ah ja, okay, das war ein Eigentor. Egal, ich wollte nur auf Stotterbeck zu sprechen kommen. Wo eigentlich Nico Stotterbeck, der jetzt ja auch dann umworben ist von Bayern, von Dortmund, von sonst was, den wir am Sommer fast geholt hätten, oder an dem wir scheinbar sehr, sehr interessiert waren, als auch da schon wirklich ein Kämpfersatz vielleicht. Und da war es eben einfach ja zu viel Ablöse, die sie wollten. Und jetzt sehen wir langsam, warum. Jetzt ist er in einer ganz anderen Sphäre, an den kommst du im Leben nicht mehr ran. Natürlich auch andere Spieler in Topform. Ein Schade aus der eigenen Jugend ist eine ganz wilde Nummer. Selbst ein Höhler vorne läuft gut. Grefo wieder zwei Hütten gemacht für Freiburg in Hoffenheim, so rum. Ja, Freiburg-Thema können wir abhaken. Das ist ein extrem, extrem harter Brocken. Tabelle sagt auch, klare Außenseiter. 30 Punkte gesammelt, wie gesagt, die Freiburger. Ja, nach 19 Spielen. Sechster Platz heißt das. Wir nach 19 Spielen haben geholt, ja, 18 Punkte. Ist auch schön. Das ist gefühlt fast die Hälfte. Also das ist ganz klar Geschichte, wer hier als Favorit in das Spiel reingehen wird. Jetzt natürlich, nachdem wir Spielefeld gewonnen haben, sind die auch nochmal hochgeschossen. Jetzt sind die halt einfach drei Punkte weg. Auch einfach klasse. Jetzt gerade 17. und zwar solide 17. Das bockt sich überhaupt nicht. Und du musst halt einfach Punkten holen. Das wird eine lustige Nummer, das Unterfangen in Freiburg-Punkte mitnehmen zu wollen. Mal gucken, ob das jetzt, ich mache es ja auch quasi live, ob das auch die Statistik zeigt, dass das ein lustiges Unterfangen ist, in Freiburg-Punkte zu holen. Ja, letzten Male schon. Also generell läuft es gar nicht so bescheiden in Freiburg. Letztes Jahr verloren Freiburg bei uns E-Spiele, auch Heimspiele gewesen, wo wir immer wirklich gut dabei waren, aber halt uns meistens auch schon am Anfang direkt das Spiel verkackt haben. Ich erinnere an die 3-0-Führung direkt, zwei Jahre am Stück in den Heimspielen, wo Freiburg direkt nach einer Heimstunde jeweils 3-0 geführt hat gefühlt. Das musst du halt aufpassen, dass du da nicht diesen Anfang verpennst gegen die Freiburger. Vielleicht haben sie ja auch direkt den Pokalflow und starten halt direkt wieder stark rein in die Anfangsphase. Die musst du auf jeden Fall erstmal überleben in Freiburg. Wie gesagt, 2-1 verloren, sehr unglücklich, waren wir eigentlich mindestens unentschiedenwürdig. Ich glaube, das ist die Freiburger danach gesagt, nach dem Spiel 3-3-2-18. Und dann eben 2-18 auch, 2-1 gewonnen, davor 2-14, 4-1 gewonnen, dann 3-1 gewonnen. Den Pokal haben wir verloren, dann auch wieder verloren, 2-12 gewonnen. Das ist recht ausgeglichen tatsächlich. Also ich glaube, irgendwie, was war es hier gerade in der Bilanz? In Freiburg, das ist eine Bilanz von, ja, 10 Siegen für Freiburg, 9 für uns, 2 Unentschieden. Also wirklich eine sehr, sehr ausgeglichene Geschichte in Freiburg, statistisch, historisch. Wie auch immer, wir machen Startelf, machen PK, kam Donnerstag. Philipp Förster, Erkältung und Clinton Moda, Höfprobleme, haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Danieli Davi, Knieprobleme, muss das Training am Mittwoch frühzeitig beenden. Silas ist diese Woche wieder ins Training eingestiegen, hat einen frischen Eindruck hinterlassen. Wir werden sehen, ob es für einen Kaderplatz reicht. Und auch hier, Silas ist diese Woche ins Training eingestiegen, nochmal im VfB-Tweet. Und Erik Thormi ist wieder voll im Training dabei. Ja, bringt Kliem, glaube ich, auch wenig, der wird bei uns nicht mehr viel anziehen, glaube ich. Borna Sosa hat gestern mit der Mannschaft trainiert. Borna wird wieder einsatzfähig sein, sagt Pellegrino. Das ist auch extrem, extrem wichtig. Und ich tatsächlich, Real Talk, ich freestyle euch hier jetzt einen Startelf-Tipp hin. Ich glaube, allzu krass viel kann sie da ja gar nicht tun. Du bleibst mit Müller hinten drin. Du bleibst bei Dinos Anton Ito. Führig wird wahrscheinlich auch bleiben. Ich lasse auch TBD in der Startelf. Links dann halt sehr wahrscheinlich Sosa statt eben Nathai. Wobei ich natürlich Nathai trotzdem auch vorstellen kann, dass der spielt. Bringst da jetzt Sosa links. Hast dann Führig, TBD. Nathai bringst du trotzdem. Das heißt, der Kulibali-Platz fällt weg quasi halbwegs. Und dann vorne Kalaicic. Macht das Sinn? Ich zähle durch Müller, Mafropanos, Anton, Ito, Sosa. Nathai, Nathai, Endo, Mangala, Führig, TBD Kalaicic. Kommt hin. Gehe ich einfach mal auf ganz random mit dem Tipp. Ich fände es auch cool, wenn du mit einem Eckloff gehen würdest von Beginn an. Fände ich auch cool. Da hat es echt ein gutes Spiel gemacht nach Einwechslung. So rum. Bärs hat man uns ja gegen Leipzig schon erhofft. Der kam ja dann nicht. Deswegen rechne ich ihm auch keine großen Stattelf-Chancen hier ein. Auch in Karasso ist er um 90 Minuten auf der Bank geblieben. Ja, mal gucken. Wie gesagt, Förster ist ja auch noch mit der Erkältung so nicht im Training gewesen. Der wird auch nicht spielen. Der hat ja auch dann seine Zwangspause bekommen. Nach der Ansage von Rino vorm Leipzig-Spiel. Zweiher Eyao und Massimo und so Konsorten, die eben dann auf der Bank geblieben sind. Oder auf der Bank erst mal geparkt wurden. Massimo kam ja später noch rein. Dann gehen wir nämlich auch genau ins Spiel rein. In das Thema Leipzig noch, bevor wir zum Thema Freiburg kommen. Ich gehe aber wieder ein paar Tweets durch. Scheiße gespielt gegen Fürth, ein Punkt. Gut gespielt gegen Leipzig, null Punkte. Classic VfB, jetzt seit vier Spielen ohne Tor. Einfach schön auch. Auch zum Thema Elfmeter, TBD, komme ich auch nochmal später zu in den News. Ja, hat jemand geschrieben. Das ist wieder dieses Ding mit der Eingriffsschwelle. Bayern, Leipzig, etc. bekommen den und er wird nicht zurückgenommen. Wir bekommen ihn nicht. Und dann ist es keine klare Fehlentscheidung so müde von diesem Müll, muss man echt sagen. Vielleicht keine klare Fehlentscheidung, aber das Ding kannst du auch problemlos pfeifen von TBD. So ist es nicht. Genauso wie auch das Sandwichen von Leipzig gegen Mangala vor dem 2-0. Wurde auch schon mal abgepfiffen. Oder das Einsteigen von Guardiol, nachdem diese schöne Malacca kam von Dinos. Da wurde auch schon mal mehr gegeben als, ich weiß nicht, ich glaube gar nichts. Hat irgendwie das Pressschlag gewertet, wie auch immer. Ich glaube, da gab es nicht mal eine Karte danach, wie ich das richtig im Kopf habe. Ja, einige schwierige Entscheidungen mal wieder. Die helfen uns alle nichts, aber es zieht sich halt einfach weiter durch die Saison. Ja, Positives. Übrigens, Anton Endur heute wieder mit der Form, wie man es hier aus der letzten Saison gewohnt ist. Auch Mangala heute deutlich stärker. Hoffentlich kommt da jetzt mal Konstanz in ihre Leistungen rein. Das wäre schon enorm wichtig für den Klassenerhalt. Auch Mangala nochmal hier. Mangala einfach ein Magier. Im einen Moment ist er auf engstem Raum am Ball. Dann ist der Ball irgendwie verschwunden. Und im nächsten Moment macht er eine Drehung und verschafft sich so Raum. Pure Zauberei, was er mit dem Ball macht. Das stimmt. Der hat die Ruhe komplett weg. Den können fünf Leute gleichzeitig angreifen mit Top Speed. Juckt den überhaupt nicht. Das ist wirklich grandios teilweise. Das ist auch ein Thema. Ich habe gerade schon Bejas angesprochen. Massimo und Klimovic haben sich die zweite Chance heute nicht verdient gehabt. Da war Matratz so gutmütig. Er muss zukünftig stärker auf Bejas bauen, der gegen Fürth eine starke Leistung gezeigt hat. Man braucht man jetzt auch nicht überbewerten. Der hat jetzt ein paar Minuten gespielt gegen Fürth, eine dicke Chance gehabt. War einer der wenigen, der halt wirklich Drive und Bock gezeigt hat. In einem vierten Spielfeld hat er sich deswegen auch so ein bisschen hochgehoben aus dem Spiel. Aber trotzdem fand ich es auch Quatsch. Weil Klimovic hat auch wieder... Ich mag den ja, ich will ihn nicht dissen. Aber der hat auch wieder absolut keinen Fuß von anderem bekommen gegen Leipzig. Fand ich Massimo war okay. Hat diese eine Riesenchance gehabt nach der geilen Kombination von Anton und Ekloff. Kann man auch mal machen, das Ding. Aber gut, Gulaschi war auch einfach überragt an dem Tag. Aber ja, da habe ich wirklich nicht verstanden, warum er da nicht einen Bejas bringt. Das ist irgendwie keine Ahnung. Spiel gegen Fürth, Top, wird von Fans gelobt, wird von allen Ecken gelobt. Von vielen ja auch, nicht nur von mir, von vielen in die Startelf getippt. Dann bleibt er über 90 Minuten auf der Bank. Komisch, ne? Und dann kommen solche Konsorten wieder rein, statt eben Bejas. Das ist irgendwie ein komisches Zeichen gewesen, fand ich. Aber das wird Rino schon irgendwie auch besser wissen aus Training. Hier kommen wir um die geile Aktion. In dem Twitter-Link hier. Anton zieht diesen Ball so geil zurück erst mal. Schiebt ihn dann durch auf Ekloff. Der sieht es perfekt. Mit der Hacke durchgelassen auf Massimo. Und der eben im Abschluss hat... Also, das ist schon ein Ticken scharf aufs Tor. Klar, aber der hat ja so viel Platz. Also, ja, den kann man halt auch schon mal machen. Aber wie gesagt, Gulaschi war ja natürlich auch einfach grandios gut. Dann hier Ricky Palm tweet. Ich befürchte, der VfW muss aus den nächsten 15 Partien 20 Punkte holen, um sicher die Klasse zu halten. Das entspricht einem Punkteschnitt der vergangenen Saison. Das wird ein dickes Brett. Für diese Aufgabe gibt es meiner Meinung nach aktuell keinen besseren Trainer als Matarazzo. Ich glaube, dass... Also, jetzt komme ich. Nicht der Tweet zitiert. Die Diskussion braucht man, glaube ich, gar nicht erst aufmachen. Warum solltest du jetzt einen Trainer wechseln? So, dieser Kader ist von Miss Lentat für Matarazzo und auch von Matarazzo auf diese Strategie von den Kollegen da ausgelegt worden. Das Ding ist komplett rundum erneuert worden seit dem Abstieg und Rundumaufstieg und so weiter und so fort. Warum zu Hölle... Wen zu Hölle wissen da jetzt hinsetzen und sagen, ey, du kannst mit dem Kader jetzt besser umgehen. Also, ich glaube, die Debatte brauchen wir nicht aufmachen. Ich glaube, auch bis zum Saisonende nicht. Selbst wenn wir hier absteigen, brauchen wir die Debatte tatsächlich diesmal, glaube ich, gefühlt nicht führen. Sie wird aufkommen, wenn es weiter so scheiße läuft. Einfach zwangsweise. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringen würde so. Glaube ich ehrlich nicht. Und er schreibt noch, beim Kader habe ich meine Zweifel. Das ist ein Armutszeugnis, wenn der Trainer nach einer enttäuschenden Hinrunde der eigenen Spieler öffentlich noch so zusammenfalten muss, wie am Donnerstag geschehen. Die richtige Anstieg hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist eine Tugend. Schönes Zitat. Finde ich schön. Guter Tweet. Mal dazu noch zum Leipzig-Spiel. Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, aus der leider keine Tore und keine Punkte für uns resultiert sind. Das lag auch an einer exzellenten Torhüterleistung des Gegners. Auf unserer Seite war zu spüren, dass eine Einheit auf dem Platz gestanden hat. Es war ein gewisser Mut, eine gewisse Leidenschaft zu spüren. Wir haben taktisch diszipliniert und mit Tempo wechseln geagiert. Es war heute nicht alles gut, aber wir haben viele Dinge gesehen, die positiv waren. Da kann man, glaube ich, mitgehen. Kannst dir auch wieder absolut nichts davon kaufen. Das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung gegen Leipzig. Du hättest ja auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt, hundertprozentig. Da ist halt einfach das typische Bild wieder von, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Wenn du im Abstiegskampf steckst, dann hast du einfach das gewisse Quäntchen Glück auch einfach nicht. Das sind das Gefühl, das wäre 5 Euro ins Phrasenschwein gewesen. Aber es stimmt halt einfach alles. Wir sind einfach gerade in dieser Phase drin. Und dann holst du auch gegen Leipzig einfach keine Punkte. Obwohl wir eigentlich mindestens ebenwürdig waren gegen die Leipziger. Und hier auch ganz wichtig, finde ich, auch der Tweet, wir werden nicht absteigen. Also das Zitat in Anführungszeichen, wir werden nicht absteigen. Hat noch nie einen Abstieg verhindert. Platz 15 bleibt das immer noch sehr realistische Ziel. Aber Tore und Punkte würden uns alle sehr entspannen. Oder um es mit Uwe Seelers Wort zu sagen, ich mache mir große Sorgen. Ja, da komme ich gleich in meinem Prognoseteil noch zu, wie ich das gerade alles so ein bisschen sehe. Okay, Thema Castro muss hier leider auch nochmal aufgemacht werden. Ja, weil der Pre halt einfach gemeint hat, yo, ich mache mal einen schönen Fernschuss Traumtour in meinem Debüt für Bielefeld und rette den damit das 2 zu 2 zu Hause gegen Fürth. Ja, klare Geschichte. Auch hier letzter schöner Tweet noch zu dem Thema. VfB-Mittelfeldspieler sind erschüttert, dass man auch erst 20 Metern schießen kann. Weil das zieht sich auch durch die Saison, das zieht sich durch die VfB-DNA gefühlt, dass das kein Mensch mehr abzieht. Sie hatten einen Mangala-Abschluss gegen Leipzig, der war schön pariert von Gulaschi, alles top an der Aktion, jeder Beteiligter. Aber sonst, gerade auch wieder in Köln zum Beispiel, weil ich gerade noch irgendwie vor Augen habe, weil ich ja in Köln war auswärts, der VfB hat es irgendwie einfach traditionell, lieber Handball zu spielen, als halt irgendwann mal abzuziehen und irgendwas zu erzwingen. Die spielen doch dann nochmal lieber kombinationsmäßig und Hackespitze-Hotas-Bein und Handball um den 16er statt, dass da irgendwer mal abzieht. Leipzig, äh, Leipzig, Leipzig vorbei, Freiburg. So rum, Maderazzo, Zitat von der PK nochmal kurz hier. Freiburg ist eine komplette Mannschaft, die in der Offensive viele Stärken hat. Auch ihre Defensivleistung ist enorm. Aufgrund ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit um ihre Spielidee ist es immer sehr unangenehm, gegen sie zu spielen. Kann man zustimmen? Freiburg, wie gesagt, habe ich vorhin auch gesagt, ist ein Team, gegen das du einfach jedes Mal aufs Neue ganz, ganz eklig auch verlieren kannst. Das bleibt, Freiburg ist so ein Team, gegen das spielst du das ganze Spiel lang komplett auf Augenhöhe, wie wir es ja auch schon oft getan haben, aber verlierst es halt mit dem Torunterschied, mit Zweitorunterschied, weil Freiburg hat aus drei Torschüssen zwei Tore gemacht. Ne, das ist halt Freiburg. Die können eklige eiskalte Siege, das kann Freiburg. Auch in dieser Saison. Natürlich nicht nur deswegen, aber auch deswegen stehen die so weit oben. Manerazzo will nichts von einem Charaktertest wissen. Auch noch was aus der PK vom Kicker hier. Ja, was heißt Charaktertest? Die Begriffe, die kannst du mir auch scheißegal. Jedes sollte mir hoffentlich bewusst sein, was für eine Lage wir gerade sind. Tabellen 17, der erste Abstiegsplatz. Schwierige Spiele vor der Brust. Und egal wie, du wirst irgendwo punkten müssen, sonst machst du den Weg wieder runter. Das ist ganz einfach, deswegen sind auch solche schönen Sprüche völlig wurscht. Ich finde auch, wie gesagt, der Kader ist gut genug, um diesen Abstieg zu verhindern. Was ich nur finde, was man merkt, ist halt, dass man Castro und Gonzalez nicht ersetzt bekommen hat. Man hat sich da so ein bisschen mehr auch von den Talenten erhofft. Also von den Anwärtern auf diese Position eben. Weil letzte Saison, nach dem Aufstieg vor allem, du hattest ja gefühlt sechs, sieben absolute Durchbruchspieler, die komplett im Flow waren. Aber die gesamte Saison, diese Saison kannst du so halb ein Dinos nennen. Ich sage nur halb, weil der letzte Saison auch schon gut war. Natürlich Durchbruch, aber halt nur so halb, weil wir wussten, der kann was. Und eben sowieso Ito, volle Kanne Durchbruch. Aber sonst, dieses Glücksspiel mit den Talenten, das letzte Saison voll aufgegangen ist, ist also diese Saison noch nicht voll aufgegangen. Noch nicht wirklich. Und dann musstest du halt auf diese Talente komplett bauen. Nach dem Fehlen von Kalajdzic und Silas so ewig. Und die werden jetzt auch so noch reinkommen müssen. Bis die vielleicht wieder irgendwann ihre absoluten Top-Leistungen abrufen können. Man sieht schon Ansätze, auch bei Kalajdzic. Du merkst schon, dass seine Präsenz auf dem Platz ist. Aber das dauert immer noch ein bisschen nach den Verletzungen. Und das ist halt nicht aufgegangen. Dieses Glücksspiel mit den Talenten, was wir einfach generell treiben im gesamten Kader, das ist halt einfach nicht aufgegangen. Dann wird es dann einfach auch schwierig in der ersten Liga. Ein einziges Fehler, wenn ich so ein bisschen angreise, transfertechnisch, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Im News-Part quasi ist das so, weil du die Derby verlängert hast und Castro nicht. Aber ich glaube, da stimmen gefühlt alle zu mittlerweile. Aber da wird sich ein bisschen halt auch damals was dabei gedacht haben, ob Castro vielleicht zu teuer ist oder wie auch immer. Aber jetzt rein, jetzt gerade, später ist man immer schlauer. War das einfach Humbug, Castro nicht zu verlängern und die Derby zu verlängern. Was ich auch gemacht habe, einfach aus purem Interesse, war zu gucken, wie es tabellarisch aussehen muss für einen Klassenerhalt. Wenn wir mal durchgegangen, letzte Saison, wegen diesem Thema 40-Punkte-Marke und sowas, wie viel brauchen wir, um drin zu bleiben. Wie gesagt, aus dieser Hinrunde, aus dieser wirklich komplett ranzigen Hinrunde in jeglicher Hinsicht, haben wir 17 Punkte geholt. Das heißt, wenn wir nochmal so eine ranzige Rückrunde spielen würden, hätten wir 34 Punkte. Und das hätte in einigen Saisons gereicht für mindestens Relegationsplatz. Letzte Saison, Platz 16 33 Punkte, Platz 15 35, hätte fast gereicht. 19, 20 hatte Platz 16 31 Punkte und Platz 15 36 Punkte. Das ist ein größerer Freiraum dazwischen, also hätte vielleicht gereicht, vielleicht nicht. 18, 19 hat Platz 16 28 Punkte gehabt. Das waren wir Vollidioten, die damit irgendwie in die Relegation gekommen sind, danach zum Glück, muss man fast sagen, abgestiegen sind, weil wenn wir es mit 28 Punkten in der Liga gehalten hätten, hätte uns ja auch keiner mehr ernst nehmen können. Platz 14 hatte, guck, Platz 14 sogar, das war eine wilde Saison. Platz 14 hatte 33 Punkte, letztens mit 34 Punkten wäre es Platz 13, Platz 14 gewesen. 17, 18 hatte Platz 16 33 Punkte und Platz 15 36 Punkte. Also bin jetzt mal hier vier, fünf Saisons durchgegangen. Es hätte tatsächlich in vielen Fällen gereicht. Du brauchst gefühlt, eh seit dieser 40-Punkte-Marke, seit diesem Spruch mit 40 Punkten, brauchst du die gefühlt, die ist ja auch zu beobachten. Aber es könnte uns vielleicht sogar so eine ranzige Rückrunde, wie diese Hinrunde war, nochmal eine 17-Punkte-Runde quasi, könnte uns vielleicht sogar reichen. 34 Punkte, ich weiß nicht, ob die reichen würde, aber letzten Saisons hat es teilweise gereicht, oder zumindest meistens, mindestens Freirurgation. Aber das wollen ist natürlich eine andere Frage, diese Saison. Aber ich, weil bei mir macht sich so ein bisschen ein übles Gefühl gerade, ich kriege ja irgendwie ein zunehmend übles Gefühl für diese Saison, weil du bist ja wirklich komplett, und zwar komplett in dieser, wenn es Scheiße läuft, läuft es Scheiße-Phase drin, aber komplett. Und da musst du irgendwann mal ein Erfolgserlebnis, irgendwann mal ein Durchbruchspiel haben, um aus dieser Phase wieder rauszukommen, sonst schleicht sich dieser Nebel quasi über dich nonstop drüber. Und jetzt auch, was die anderen Leute machen, die anderen Klubs machen, jetzt gewinnt er gerade Frankfurt, jetzt fängt auf einmal Bielefeld an, Fußball zu spielen, gewinnt in Frankfurt mit 2 zu 0, ist scheinbar gerade gut in Form. Da läuft gerade einiges zusammen. Und jetzt, wie gesagt, wir sind gerade Platz 17. Nichtsdestotrotz, Prognose natürlich, ihr habt es wieder im Community-Tab, Abstimmung, Sieg- und Schienlager und natürlich jegliche Meinung, alles zum Spiel, alles zum VfB, natürlich auch gleich zu den News-Hinels-Gleich.com, ab in den Kommentaren, klare Geschichte. Ich tippe einfach ganz optimistisch auf ein 1 zu 1, weil ich tippe generell nicht gegen meinen Klub, so doof gesagt. Hätte ich oft machen können, hätte ich gegen Leipzig, habe ich auch schon gesagt, gegen Leipzig hätte ich eigentlich auf Niederlage tippen können. War fast klar, es wäre wieder gegen einen guten Klub, also tabellarisch und eigentlich vom Kader her, einen so guten Klub, ähnlich wie gegen Dortmund und solche Spiele. Wir schlagen uns da gut, sind gut dabei, verlieren aber, nehmen keine Punkte mehr am Ende. Das sagt jeder, ja, war schön, war gut, kann man darauf aufbauen, aber leider keine Punkte. Deswegen tippe ich auch in Freiburg auf ein 1 zu 1. Ich sehe gerade nicht, warum wir da gewinnen sollten. Ich werde auch morgen natürlich im Stream, oder heute im Stream, wie auch immer, nicht negativ reingehen. Ich werde mich ja nicht ab Minute 1 reinhocken und sagen, ey, wenn wir heute einen Torschuss haben, dann freue ich mich. Wir müssen natürlich positiv bleiben, aber es gibt gerade für mich keinen großen Grund zu glauben, dass wir da morgen gewinnen. Wenn wir es tun, umso geiler. Also Ziel, Punkten wenigstens, einen Punkt mitnehmen wenigstens, auch wenn uns vielleicht wahrscheinlich, was heißt vielleicht, er würde uns nicht von Platz 17 wieder hochbringen, auf einem 16. oder 15. Platz. Das würde nicht passieren. Dafür musst du schon mal wieder dreifach punkten. Aber auch vielleicht noch ein zweites Ziel, wenigstens mal wieder ein fucking Tor sehen, nach vier Spielen. Ein Tor feiern im Stream. Das wäre auch einfach mal eine schöne Aktion. Da habt ihr mal einen Tipp. Wir gehen noch kurz zum Spieltag über. Ja, gut. Frankfurt, Bielefeld, da hatte ich eigentlich auch von 2 zu 1 getippt. Das ist natürlich jetzt auch schon durch, aber die anderen Tipps mache ich noch. Leverkusen 3-1 gegen Augsburg, Fürth 1 zu 2 gegen Mainz, Gladbach gegen Union 1 zu 1, Hoffenheim-Dortmund 2 zu 3, Freiburg-Stuttgart wie gesagt 1 zu 1, Bochum-Köln auch 1 zu 1, Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg mit 3 zu 1 und die Hertha verliert zu Hause gegen die Bayern mit 0 zu 3 wären so meine Tipps. Ich bin, glaube ich, nicht der geiste Tipper der Welt. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr in den Kicktipp reingeschaut, aber ich glaube, meine Tabelle, meine Position in der Tabelle da ist auch nicht allzu sehr, nicht so ansehnend. Jetzt natürlich jede Woche gucken, oh, bin ich jetzt wieder Erster, bin ich Zweiter? Nee, egal. Ich glaube, da bin ich in ganz anderen Sphären unterwegs. Habe auch natürlich einiges so getippt, wie es uns passen würde. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Fürth doch vielleicht was mitnimmt gegen Mainz und nicht verliert, aber ja, eigentlich ein Spieltag, wo du ja, natürlich mit einem Überraschungssieg vorbeigehen könntest, weil die anderen normalerweise gegen ihre Gegner nicht so viel holen, aber das wurde jetzt auch schon direkt in diesem Abend wieder kaputt gemacht mit diesem verkackten Sieg von Bielefeld in Frankfurt natürlich. So, sind wir durch. Alles auch so, ja, gut doppelte Länge grob. Na, du hast gesagt, Gefreestyle, das ist halt ein Podcast. So, ist ja kein geschnittener Vorbericht. Sind wir grob doppelt so lang jetzt wie ein normaler Vorbericht wäre. Und gehen jetzt mal zu den VfB-News über, was ich noch über habe. Alter, was für Überleitungen. Hilfe. Steck dir mal das Mikrofon hier wieder aus. Ich hatte ja gefragt zum Thema Hinrunde. Votings hat man ja gemacht gehabt. Saisonprognose, Tabelle. Ich habe bisher noch gar nicht darauf eingegangen, was da ausgewertet wurde. Ich habe mal vor ein paar Tagen oder vor längerer Zeit Screenshots gemacht. Da sind bestimmt noch ein paar Stimmen dazugekommen. Aber hier haben wir auch schon 639 Stimmen bei dem einen Ding. Saisonprognose, Tabelle. Hatte ich auf Platz 13 bis 15. Das macht auch die Mehrheit. Nach der Hinrunde die zweite 28% von euch 8 bis 12 und dann nach 10% 16 bis 18. Also das ist alles noch recht optimistisch. Note für die Hinrunde ist sogar fast 650 Stimmen. Vielleicht haben wir die auch schon, aber zu dem Stand fast 650 Stimmen. Sehr, sehr geil. Das ist immer zu sehen, wie viele da auch abstimmen von euch. Note für die Hinrunde. Ich habe eine 3- gegeben. Die meisten gehen auf eine 4, 65% und auf eben eine 3, 22%. Moment der Hinrunde. Meine Wahl war Fahir, Hütte gegen Union mit Zuschauern. Last Minute auch in meinem Vlog zu sehen. Unfassbar geil. Das wurde auch hier das höchste. 40%. Danach gehabt dahinter 32%. Das Hidas-Comeback gegen Mainz. Und danach das Dinos-Solo und das Tor gegen Hoffenheim. Mit 14% Spiel der Hinrunde. Mainz war tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie das 3-1 gegen Hoffenheim. Wir haben ja gefühlt wenig Siege gehabt. 3-1 gegen Hoffenheim, habe ich dann mal genannt. Weil es ein sehr rundes Spiel war und nie groß in Gefahr war. Natürlich viele von euch, die meisten von euch, 56% haben auf das 5-1 gegen Fürth gegangen. Wolfsburg mit dem 0-2-Sieg war noch auf 12% am Start. Spiel der Hinrunde. Meine Wahl war Ito. Der hat 15% bekommen. Also Nummer 2 bekommen. Nummer 1 ganz klar 79%. Dinos Mafropanos. Haben wir die Dinger auch abgehakt. Wollten sie einfach nicht irgendwie im Leeren stehen lassen. Irgendwie von wegen, hier stimmt man ab. Aber ich gehe nie drauf ein. Sondern natürlich, wenn ihr abstimmt, finde ich geil. Community Action. Wird es auch hier mal genannt. Wir gehen jetzt rein in die News. Ich habe das jetzt wirklich auf ganz billig kategorisiert. Also am Anfang ein bisschen Transfer. Ja. Tummel. Also ganz viel auf einmal. Danach so ein bisschen was rund um den Verein. Dann gehen wir nochmal in Richtung Stadion. Zuschauer und so. Wir fangen an. Die VfB U21 hat einen Belgier an den Start geholt. Landou. Jeremy Landou. 20 Jahre alt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob er selber Belgier ist. Er kommt auf jeden Fall vom belgischen Relationsverein Standard Lüttich. Das hat der Mittelfeldspieler Nummer 8 bekommen. 20 Jahre alt. Scheinbar müssen sie auch gar keine Entschädigungen und wie auch immer. Also quasi ein Transfer für kein Geld. So wie ich das verstanden habe. Und das sieht aus, ja, wir züchten uns den nächsten Mangala. Also das passt alles. Belgien, Standard Lüttich, Zentrales Mittelfeld, Nummer 8 und so. Junge, Junge. Also vielleicht kann das sich so ein bisschen dann schon mal perspektivisch zu einem Mangala-Ersatz entwickeln. Wir werden sehen. Interessant hier. Maximal vorbildlich. Sven Mislint hat zum Thema Didavi, dass der eben gegen wen war es? War es gegen Leipzig, gegen Fürth, gegen wen auch immer gesagt hat, jo, ich reiße nicht mit, weil ich hatte eine Kontaktperson, die Corona hat und ich gehe auf Sicherheit. Ist auch okay, aber maximal vorbildlich ist natürlich das Verhalten von einem Daniel Didavi nicht unbedingt. Klar, man kann keine Impfung aufzwingen, aber wenn das halt ein, wie soll man sagen, ein erfahrener Spieler bei uns sein soll, der die Mannschaft leiten soll und irgendwie Verantwortung übernehmen soll, der dann gefühlt nur alle Schalt ja mal spielen kann, weil er halt ja da auch mal mitspielen darf, coronamäßig. Plus eben dazu auch, wie man ja merkt und sieht, scheinbar mit Fitnessproblemen wieder rauskommt aus einer selbstverordneten Quarantäne. Ja, keine Ahnung. Also den brauchst du im Sommer nur wirklich nicht verlängern und vorbildlich ist vielleicht die Idee, dass er sich da natürlich vorbildlich verhalten hat, dass er Vorsichtsmaßnahmen selber getroffen hat. Ist alles schon gut, aber natürlich im Großen und Ganzen nicht wirklich vorbildlich. Philipp Klement ist mittlerweile weg, da hatten wir noch die News gehabt, dass er Hannover 96 abgesagt hat. Überzeugung hat gefehlt, nicht so Bock gehabt auf die ständige Trainertheater bei denen, tatsächlich auch Dauertheater um, Post Martin Kind wurde hier genannt, dass sie keinen Bock drauf haben. So gehen wir zurück zum Ex-Club Paderborn, von dem haben wir ja geholt damals. Wird bis zum Ende der Saison aussehen, hätte ich auch, glaube ich, in irgendeinem Video mal schon mal angesprochen gehabt, deswegen gehe ich da nicht länger drauf ein. Genau so Al-Gadoui Verlässerungs-Gen-Zypon geht zu Paphos, direkt, also direkt, keine Laie, nix, direkt fixer Wechsel hat er auch dort schon gespielt. Genau so auch Klement hat er auch dort schon gespielt in Paderborn, auch schon fast, also 5,5 Minuten hat er, glaube ich, gespielt beim Sieg in Nürnberg. Genau, wir kriegen eine kleine Ablösung im fünfstelligen Bereich für Al-Gadoui. Ist ein absoluter Ehrenmann, hat uns mit zum Aufstieg geschossen, immer absoluter Vollprofi gewesen, auch jetzt Erstligatore gemacht, hat uns auch immer sehr gefreut. Absoluter Ehrenmann, Top-Profi und jetzt geht er nach Zypon, wo, lustigerweise, ein Twitter-Jus hier rausgekramt, er auf Ailton trifft. Das ist der Ailton, den wir, der prassianische Linksverteidiger mit damals geholt haben, nach dem Aufstieg, glaube ich, unter Wolf, 17, 18, haben wir ihn geholt, dann irgendwie auch ständig nur verliehen, hat nie wirklich groß funktioniert und jetzt ist er ja bei, jetzt ist er dann wohl augenscheinlich bei Paphos und kann, ich weiß nicht, ob der da Stamm spielt, keine Ahnung, so tief bin ich nicht reingegangen in die Thematik, aber dann kann er da Al-Ghadoui ja, pflegen, Flanken auf Al-Ghadoui bringen. Das ist eine Nummer, das ist eine heftige Nummer hier, VfB-Flop Matteo zu Atletico. Leute, ich dachte, ich habe mich gerade verlesen, nee, fußballtransfers.com schreibt wirklich Matteo, der heißt Mafio, ist okay, passiert jedem mal. Ja, die sind interessiert daran, weil die haben ja Kieran Tripp hier verkauft an Newcastle, haben das natürlich ein bisschen Problemchen und wollten, brauchen auf rechts einen Ersatz. Ja, ist ja eine krasse Nummer, Atletico Madrid, aber in Spanien läuft es halt bei dem Bre, bei dem Kollegen läuft es halt einfach, wenn er in Spanien spielt. Da hat er keine Probleme, keine Anlaufprobleme, da läuft es, da kann er kicken scheinbar. Da ist halt wieder diese komische Konstellation, er ist ausgesehen an Mallorca, bei denen läuft es auch mehr oder minder gut, also das sieht alles dann noch aus, als würde er im Sommer zu Mallorca wechseln, weil dann eine Kaufpflicht zieht, von dreieinhalb Millionen übrigens, würde die ziehen im Sommer, bei Klassenerhalt, was sie aktuell schaffen, glaube ich, zu wissen. Und dann wäre er ja bei Mallorca, ich weiß es nicht, ohne Witz, ich habe keinen Plan, wie es jetzt im Winter aussehen würde, wie man das dann irgendwie arrangieren muss. Wahrscheinlich dann irgendwie ein Mix aus hier Mallorca, wir brechen es irgendwie ab, dafür kriegt ihr einen Prozentsatz von der Summe, die uns Atletico gibt, wir müssen auch noch Prozentsätze an Man City abgeben für Weiterkauf und sowas, Weiterverkauf, aber es kann gut sein, das wäre natürlich ein cooler Move, wenn der schon zu Atletico geht, die scheinen ja auch jetzt zu wollen, warum jetzt irgendwie, die brauchen jetzt sofort Ersatz für diese Rechtsverteidigerposition oder eben Kaderplätze von Verteidigern, Außenverteidigern bei Atletico, die scheinbar knapp sind, deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt warten im Sommer und dann den von Mallorca kaufen danach. Also mal gucken, ob da was passiert, wenn er will die Nummer, einfach vom VfB-Flop zu Atletico Madrid, kann man mal bringen die Nummer, aber ey, dreieinhalb Millionen im Sommer, so egal wie es ausgeht, ich glaube über dreieinhalb Millionen bekommen wir auf jeden Fall am Ende des Tages, auch mit den ganzen Weiterkaufsgebühren und so, die wir zahlen müssen, könnte, könnten wir, ja, durch Maffeo Dinos finanzieren, ne, im weitesten Sinne, der kostet ja auch im Sommer drei oder dreieinhalb, man hat beide schon mal gelesen, bei Klassenerhalt ist es Pflicht, bei Abstieg haben wir die Option, ihn zu kaufen und wir wissen schon, egal wie es läuft, glaube ich, wir werden für Maffeo irgendwie drei, dreieinhalb Millionen bekommen, außer natürlich Mallorca scheißt maximal rein und die steigen halt doch noch ab, aber, das ist natürlich eine geile Nummer, kriegst du durch den Maffeo-Flop bei uns, die Kode, die du dann für den absoluten Zertationsspieler mit Dinos oder aktuellen Top-Spieler von uns, Dinos dann im Sommer unter Vertrag nehmen kannst, das ist natürlich schon eine sehr, sehr fette Nummer, Momo Sisee, Thema Laie, Momo Sisee wird ausgeliehen, eineinhalb Jahre geht es zum polnischen Erstligisten Wiesla Krakau, viel Spaß da, ich glaube, Kaufwurzungen gibt es da nicht, die haben auch ein sehr, sehr geiles ja, Announcement-Video gemacht, haben den da hochgehypt gefühlt, aber gut, ja, Bundesligist, verleiht die an Spieler, vielleicht ist es in Polen ja noch irgendwie cool, ich weiß auch nicht, wie krass gut Krakau ist, aber auf jeden Fall ein sehr wildes, episches, oder ja, nicht krass wild, aber episches auf jeden Fall Announcement-Video gemacht, dass sie sich sehr ausgeliehen haben bis zum Sommer 2023 dann, junger Vater, ey, was für Jahre wir schon sind, 2023 schon krank, dann haben wir ein ganz wildes Gerücht vom Transfermarkt, Pascal Groß, Brighton, scheinbar irgendwie Interesse von uns, Laie, kannst du den, weiß nicht, wie es mit Laie aussieht bei ihm, die Idee wäre irgendwie Laie mit Kaufoption, aber der läuft, glaube ich, im Sommer aus, der Vertrag bei ihm, das heißt, du müsstest ihn dooflich kaufen, oder halt Brighton, müsst ihr ihn nochmal verlängern mit ihm, dann kannst du ihn leihen, ja, aber ist, glaube ich, eh, aber ich glaube, da passiert dann so oder so nichts, ich glaube, bei Laie selbst würde der mit Gehalt zu viel fressen, kaufen kannst du ihn auch nicht, aber wären interessanter Spieler hier, offensiv, oder nicht offensiv, aber wie bei Mittelfeld halt, da ist Mittelfeld, kein schlechter Name, glaube ich, der Groß, macht sich da auch in Brighton schon länger gut, war bei Ingolstadt auch schon immer okay, damals in der Bundesliga, und ja, wäre ein interessanter Mann, aber ich glaube, das können wir abhaken, das Thema, SWR Sport hat Nils Petersen, ja, in den Raum geschmissen, warum nicht Nils Petersen, ja, nette Idee, ihn auszuleihen irgendwie, ich weiß nicht, der hilft uns, glaube ich, auch nicht groß weiter, ist dann eh nur ein Ergänzungsspieler, aber ich glaube, wenn du Nils Petersen holst, also jetzt nichts gegen Nils Petersen so, aber ich glaube, dann hättest du auch den Al-Ghadoui behalten können, oder so, da hättest du auch ganz übertrieben gesagt, auch ein Gomez Reviven, also der ist bestimmt nicht schlecht, der Petersen, aber ich weiß nicht, der kommt ja bei Freiburg auch überhaupt nicht zum Zug, sonst würde man ja auch auf solche Ideen auch gar nicht kommen, wie gesagt, ist auch nur eine Idee reingeworfen vom SWR, also absolut gar kein Transferkrieg, nur eine Idee, ja, weiß ich nicht, braucht es, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, hier ist auch natürlich nur von einem Twitter-User, zum Thema Aston Villa, die haben scheinbar irgendwie Interesse, Wataru Endo zu holen, ist halt nur, der ist hier mit reingenommen, weil es einfach auch bei Endo immer ein Thema war, Premier League, der wollte schon immer in die Premier League, in die Endschlige hat er schon immer Bock drauf gehabt, irgendwie sein größtes Ziel, ist wie gesagt, nur dieser eine Tweet, also kein Transfergerücht, was man ernst nehmen kann oder so, aber natürlich kann es gut sein, bei den Leistungen, die er da Woche für Woche runterspult, ich glaube, na, wollte gerade sagen, wir schätzen ihn nicht mehr wert, aber wir schätzen ihn auf jeden Fall wert, aber wir gehen quasi nicht jede Woche aufs Neue drauf ein, wie gut Endo wieder war, weil der einfach solide, immer gefühlt problemlose Leistungen liefert bei uns und da wird es natürlich auch kein Wunder, wenn da vielleicht mal ein größerer Klub kommt und selbst ein größerer Klub, wie auch immer, wenn man es sehen will, aber wenn irgendein Premier League Klub kommt, der da halbwegs was, der halbwegs kicken kann, in der Liga, in der Tabelle, dann wird sich das vielleicht ein Endo überlegen oder anhören, und Eston Villa ist wirklich nicht schlecht dabei, wir wollten ja auch schon Sosa haben, ist ja scheinbar ein beliebtes Scouting-Ziel von denen, aber vielleicht nur interessant, aber wie gesagt, gibt es absolut keine richtigen Gerüchte dazu, auch unter das Fernmarkt-Gerücht ist, dass wir scheinbar Interesse hätten an einem 22-jährigen türkischen Torhüter oder einem Torhüter aus der Türkei, auf Leihbasis jetzt bei einem Zweitligisten, eigentlich gehört der Galatasaray, aber wir sind scheinbar interessiert, Ablöse 1,5 Millionen, davon wird geredet scheinbar, aber sehe ich überhaupt nicht, wir haben keine Kohle für nichts, warum sollen wir jetzt irgendwie einen dritten Torwart, einen zweiten Torwart, keine Ahnung, für anderthalb Millionen holen, zwar in so einer Jahre alt, der gerade zu einem Zweitligisten ausgeliehen ist in der Türkei, also ich glaube, das Gerücht ist auch irgendwie ziemlich krass für die Tonne, der gute Zubasa 1893, man kennt ihn von Transfermark.de, der Insider quasi, der früher sehr, sehr hohe Trefferquote hatte bei Transfers, jetzt auch immer noch gut informiert ist, aber jetzt noch gefühlt immer mehr Name-Dropping macht oder einfach Spieler in den Raum wirft, die er interessant findet, der hat da schon scheinbar sehr, sehr viel Ahnung oder sehr viel Zeit investiert in Scouting quasi auf Transfermark.de und wie auch immer, hat jetzt wieder irgendeinen Spieler aus Paraguay ins Gespräch gebracht, Robert Morales, 22 Jahre alt, also ich fange langsam an, nicht mehr sprechen zu können, Mittelstürmer oder rechts außen, aus Paraguay, wechselt zu Cruz Azul, hat sich zerschlagen und hat wohl Angebote aus Brasilien und Deutschland, ähnlicher Typ wie González scheinbar, aber wie gesagt, ohne groß Ahnung zu haben von dem Typen, von dem Gerücht, interessant, und wenn der den Raum wirft, habe ich sie auch einfach mal mit in den Raum geworfen. Wir kommen zu klaren Geschichten, nämlich zum Thema Kämpf, war ja auch gar nicht erst im Kader gegen Leipzig, hat Madrazo nicht in den Kader berufen, der Kicker zitiert hier vertragliche Unklarheiten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man beim VfB vorhat, Kämpf gerade irgendwie aus der Mannschaft zu mobben, also schwierig, finde ich irgendwie schwierig. Das ist einfach wirklich, ja, das ist ein Bundesliga-Innenverteidiger von einer gewissen Klasse, der dir gewisse Leistungen bringen kann. Dass er nicht spielt, ist okay, weil Ito macht das sehr, sehr gut, aber dass du den so rausmobst, um für den gefühlt noch eine Million vielleicht mitzunehmen im Winter. Klar, du wirst ein bisschen Gehalt einsparen, aber jetzt nicht das Geld des Jahrhunderts. Natürlich immer noch besser, dass er im Sommer ablösefrei geht, aber gerade in unserer Situation, wenn du jetzt noch einen Kämpf abgibst, da hinten vielleicht ein Dinos, der auf einmal wieder anfängt, mit Versetzungspech anzufangen oder irgendwer da hinten sich dann, was ja auch absolut nicht unwahrscheinlich, weil die Saison auf einmal anfängt, irgendwer sich hier wieder für vier Monate die Schulter zu brechen oder was auch immer, dann hast du ja gefühlt nichts. Also tut mir leid, Mola sieht ja auch absolut kein Land, Nachteil ist kein Innenverteidiger, du kannst machen, Karasor-Gänzen reinstellen, klar, einen Stenzel, aber ja, nee, also das ist, glaube ich, ein unnötiges Risiko, den auch noch abzugeben. Aber natürlich, wenn du einfach jetzt die ganze Zeit rausmobst und gar nicht mehr in den Kader berufst, dann hat er ja auch keine Chance auf Einsatzzeit, dann bringt das auch nichts. Er hat natürlich auch ein bisschen damit, natürlich mit sportlichen Gründen begründet der Matarazzo, dass man eben mit Karasor einen hat, der polyvalent ist, ich glaube, Armada hat er auch noch genannt, dass damit quasi alles abgedeckt war und so, ne, und Stenzel und so weiter, dass es deswegen sportlich nicht nötig war, wenn wir mit auf die Bank sind, aber trotzdem irgendwie ein wilder Move, weiß ich nicht. Natürlich Nummer eins Thema da die Hertha, die ja scheinbar immer noch sehr interessiert ist, ob Sommer oder Winter, zu Barca hier nochmal, hat er natürlich auch reingebracht, dass nicht nur die Hertha interessiert sein könnte, sondern scheinbar auch, ähm, ja, Tierreich hat er genannt, also Wölfe, Fohlen, diverse Greifvögel, ne, da wäre dann glaube ich auch Frankfurt dabei und so Geschichten, ne, mal gucken, mal gucken, oder Köln oder wie auch immer, ähm, ja, mal sehen, also ich habe das Gefühl, dass das schon noch passieren könnte, dass der uns im Winter verlässt, ist dann die Frage, was du machst, ob du irgendwie einen Ersatz holst, du könntest vielleicht einen Aydonis, die Laie abbrechen, dann, mein letzter Standort, dass es da ganz okay läuft in Dresden, ich weiß aber auch nicht mehr genau, ne, Kempf kann ja sowieso nicht eins zu eins ersetzen, also nie im Leben, Makliza hast du ja auch, den hast du ja mal gebracht gegen Bielefeld, der ist jetzt auch ausgeliehen, ich glaube auch, ja wie gesagt, sogar mit Kaufoption, habe ich glaube gesagt gehabt oder quasi berichtet gehabt aus den Artikeln, also Kempf, ja, würde ich schwierig hinterstehen, denen das so rauszumobben, keine Ahnung und, habe mir auch den STR-Podcast angehört, immer wieder aufs Neue natürlich, gute Jungs, da der auch der Ricky gemeint, dass es scheinbar auch intern, im Team, ein bisschen, ja, Verwunderung gibt darüber, wie man da mit Kempf umgeht, mit so einem verdienten Bundesligaspieler, also schwierige Lage bei Kempf, hier auch, sagt einer, sofern der Bildartikel zu Kempf, Situation stimmt, wegen einer Ersparnis von sogar 2 Millionen Euro einen gestanden Bundesliga-Spieler kaltstellen, damit die es dann möglichst schnell abhauten, ohne offensichtlich dafür eine Nachverpflichtung zu planen, ist ein Tanz auf der Rasierklinge, yes, sehe ich auch so, auch heute nochmal, oder nicht heute, gestern, ein Artikel, Hertha will Marc-Oliver Kempf und Ermedin Demirovic sofort verpflichten, und hier auch Zitat von daraus, der Innenverteidiger hat ein halbes Jahr vor Vertragsnehmung bei VW keine Perspektive mehr, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Aktion rund um Marc-Oliver Kempf, würde ich mal so sagen, hohes Preisspiel für Sosa, das kommt ganz frisch rein von heute, endlich mal was hier, Chelsea und Interlocken, na logisch, warum auch nicht, das klingt auch so, als würde es schon in Sachen Winterfakt interessant sein, weil die haben jetzt bei Chelsea das Problem, dass sich Chilwell das Kreuzband gerissen hat und auch bei Inter fehlt seit langem eine Langzeitlösung für die linke Abwehrseite, an Korsetsch waren sehr interessiert und sind schon immer in Sosa interessiert. Laut Sky haben wir natürlich keinen Bock auf Verkauf, ich glaube im Winter brauchst du so einen Kaliber nicht abzugeben, im Sommer ist es bei vielen Spielen wieder eine ganz andere Geschichte dann und wir wollen scheinbar mindestens 30 Millionen Euro und damit natürlich so ein bisschen die interessenten Abschrecken haben wir jetzt auch nur noch neun Tage ne, 10 Tage haben wir noch im Transferfenster übrig, aber eine wilde Nummer, Sosa wäre ja auch dann einer, der schon recht lange bei uns ist, der dann vielleicht den Weg woanders hin sucht, der ja auch meistens sehr gute Leistungen zeigt, deswegen wie gesagt, im Sommer wird es bei einigen Spielern ein anderes Thema werden in Sachen Abgang, aber im Winter kannst du glaube ich so einen von dem Kaliber nicht abgeben, außer du hast schon richtig feste Pläne, was du mit dem Geld machst oder du brauchst das Geld halt so dermaßen zwingend, dass du keine andere Wahl hast. Man hat nämlich hier auch Werde Kalbers geschrieben auf Twitter, Borna Sosa trägt mittlerweile auch die VfB DNA in sich, bald vier Jahre, fünf Trainer, ein Abstieg, ein Einwurf-Eigentor und ein Missglypter Versuch, deutscher Nationalspieler zu werden. Ist eine schöne Bilanz, die Sosa da ziehen darf. Wir sind mit dem Themenblock durch, wir gehen weiter in den Themenblock VfB und Co. und irgendwie alles, was man irgendwie nennen kann, rund um Verein. auch schon ein Ticken länger her, der VfB ist die Mannschaft mit den zweiten meistens verletzungsbedingten Ausfall in der Bundesliga. Die Zahl der Ausfalltage summiert sich auf 1460, also 42 Tage pro Spieler im Schnitt. Also auch schon in der vergangenen Saison haben wir da den zweiten Platz belegt. Jetzt nochmal. Ja, ist einfach geil auch, ne? Ist auch einfach geil nach der Hinrunde. Hier hat es auch nochmal Fußballverletzungen, hat es auch nochmal getwittert, nach welcher Art. Die meisten waren Muskelverletzungen, über 30% nach Erkrankungen und noch über 20% waren Folgebeschwerden, Blessuren und dann darunter noch Bänderverletzungen, Prellungen und so weiter und so fort. Der VfB hatte scheinbar ein Testspiel geplant am 27.01. gegen Sandhausen. Das wurde wieder abgesagt. Nachdem man ja, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, in den Trainingslager fährt, habe ich jetzt auch mitbekommen, dann auch bei mir aus dem Praktikum raus und von meinem VfB und wurde ja auch im Video, mit dem Podcast und so weiter genannt, haben wir jetzt übrigens die Mittwochsvideos, die ihr seht, bei STZ, STN, die mache ich gerade mit den Brees. Also so mein Mittwoch immer wieder im Praktikum, bockt sich und genau, das ist scheinbar jetzt irgendein russischer Klub, gegen den wir ein Testspiel haben, während unserer Trainingslageraktion in Marbella. Der VfB muss 14.250 Euro Strafe zahlen für die Böller- und sonst was-Aktionen und Bengalos Rauchtöpfe gegen Union Berlin. Man hat sich fast die Frage gestellt, so her, gegen wen, wir hatten auch gefühlt, die Zuschauer gegen Union war das der Fall. Genau, tatsächlich gibt es vom DFB gerade wegen, genau vom DFB, das ist vom Sportgericht des DFB, gerade finanzielle Einbußen quasi oder wegen den finanziellen Einbußen gibt es Rabatt auf solche Geschichten wegen der Corona-Pandemie, Nachlass von 25%, eigentlich hätte man 19.000 zahlen müssen, so sind es 14.250. Bruder, ganz ehrlich, drauf geschissen. Also, wie gesagt, wir fahren nach Spanien, Marbella, vom 23. bis zum 28. Januar gehen wir da hin, weil da keine Bundesliga ist in der Phase, weil da ja quasi irgendwie eine Form von Ausgleichs internationaler Pause ist, aber natürlich nicht für alle, also die richtig großen, großen Klubs, sonst wird sich auch ein Trainingslager nicht lohnen, weil alle weg wären, die richtig großen Nationen, die haben ihre Spiele mal anders reingelegt, also irgendwie gab es die Möglichkeit, sich das Ding, sich irgendwie eine Länderspielpause zu legen, wie man das quasi will und da haben sich die meisten für eine Phase entschieden, es sind noch ein paar andere kleinere Nationen am Start, eben jetzt hier im Januar, so ein Ausgleichsding wegen Corona und dann EM und Copa America und wie auch immer und alles, so habe ich es zumindest verstanden, ist ja auch egal, für uns ist es einfach Bundesliga-Unterbrechung, eine Woche frei, wir spielen erst in zwei Wochen zu Hause gegen Frankfurt, in Marbella kennt man, da waren wir schon mal nämlich 19, 20 vor dem Aufstieg waren wir im Winter-Trainingslager in Marbella, genau, und zum Beispiel nicht mitreisen ins Trainingslager werden wir Taro Endo und Borna Sosa, die beiden werden nicht mitreisen, Endo, weil er eben einfach spielen muss, der Bre wird nie wieder aufhören zu spielen, glaube ich, 27. Januar gegen China, warum haben wir China gesagt, ich sage immer China, jetzt sage ich aber mal China, 1. Februar gegen Saudi-Arabien, die zwei Spiele hat er gute Endo vor der Brust und Sosa einfach aus Vorsichtsmaßnahme und nochmal hier, ja, wird operiert nochmal im Nachgang quasi seiner Ausfälle und so weiter und deswegen geht er nicht mit ins Trainingslager, genau, das passt, der VfB hat auch mal wieder, oder die VfB-Community, sag mal so, hat mal wieder absolut das Twitter-Game gewonnen, Barca hat ein Spiel draus geballert, dass man quasi die Nummer 3 ist von U21-Spielern, die er mal eingesetzt hat in ihrem Club und da waren wir in der Grafik mit drin, weil wir sind dann auf einem Platz 6, wenn ich gerade richtig zählen kann, mit 11 Stück, Barca hat 12 Stück, Monaco auch, Rems auch, Startrem auch und ganz oben teilen sich Rennen, also Startrennen mit Doppel-N, nicht mit E-I-M-S und Sand & Yen mit 13 Spielern, die den Platz 1 quasi und da kam dann ein richtig schöner VfB-Spam unter diesem Barca-Post, fand ich wunderschön und zeigt eben, was wir für ein Jugend-Forsch-Projekt hier am Start haben mit so vielen Spielern drunter. Torlos durch den Winter, juhu, VfB-Görder stellt eigenen Negativ-Rekord ein. Ja, der war bisher scheinbar zwischen dem 2. Dezember und dem 13. Januar 2018, also im Abstiegsjahr, hatten wir es auch so eine ähnliche Torflaute, 2014 hatten wir mal einen, 2015 hatten wir mal eine, scheinbar ist aber jetzt unsere Torflaute, die wir aktuell haben, neuer Negativ-Rekord laut Fußball-Daten.de via OneFootball, die Meldung. Mamusch kann man beglückwünschen, für uns wäre es natürlich schön, wenn er direkt rausgeflogen wäre und zu uns zurückkommen würde, er würde uns helfen im Team, habe ich auch was gelesen, dass der Bre, dass wir gefühlt mit dem immer gepunktet haben, mit dem er auf dem Platz stand, doof gesagt, oder auf jeden Fall mit ihm auf dem Platz gepunktet haben und wenn er nicht auf dem Platz stand, nicht so vergleichsweise, also er ist scheinbar ein wichtiger Spieler für unsere Punkte, das will ich damit ausdrücken, der hat das Achtelfinale erreicht im Afrika-Cup mit Ägypten, das heißt, er ist ja weiter am Start, Gruppenwahl sind sie durch. Interessant ist, jetzt zum Thema Laie, hat man auch viele Themen, auch viele, viel zu Laie mit Maffeo und so weiter und Cissé und Clemen und so, Natürlich auch generell, das Thema Laie wird ja immer größer, ne? Gefühlt haben teilweise Klubs irgendwie 15 Spieler verliehen, das beste Meme-Beispiel sei ja immer Chelsea und auch so ständig hört man von Laie und Laie mit Kaufoptionen und ein Halbjahres Laie und wie auch immer, die FIFA verkündet nun neue Laie-Regeln, ja, die das ein bisschen begrenzen, die den Spaß so ein bisschen begrenzen, hier, auch die Anzahl von möglichen Laien begrenzt die FIFA künftig, ein Klub darf am Sommer nur noch drei Spieler desselben Vereins gleichzeitig ausleihen, insgesamt ist es den Klubs nur noch gestattet, gleichzeitig maximal acht Spieler auszuleihen und ebenso viele zu verleihen, ab Sommer 2023 wird die Anzahl auf sieben Spieler und dann ab 2024 auf sechs Spieler reduziert und auch hier, das ist auch krass, die Zeit zwischen zwei Transferperioden wird künftig als Mindestdauer einer Laie definiert, maximal darf ein Laie-Geschäft ein Jahr dauern, während einer Laie darf ein Spieler nicht mehr zu einem dritten Klub weiter transferiert werden, also ein paar Dinge sind dabei, wilde Nummer, wilde Änderungen, die jetzt hier dann in Sachen Laie-Geschäft auf uns zukommen, auch sehr wild war der Pokalabend, hab da auch miterlebt, vor allem das Köln-Spiel gegen den HSV, natürlich der BVB ist auch rausgeflogen, klar, auch lustig, aber das Spiel war wild, weil die kriegen in der 120. Mietersaison wieder geschenkt, absolut geschenkt, deswegen hab ich sie auch nochmal mit drin, ach komm, sowas pfeift Schlager dann, es ist einfach lächelig, dass es dafür dann eine Elfer gibt und gegen TBD nicht, ist da nicht der VfB gewesen, hab ich auch ein bisschen mitgemacht in dem Twitter-Game und ein bisschen darauf geantwortet, hat Spaß gemacht der Abend, auch wegen der Geschichte von Kramotzes, hat ja irgendein Twitter-User quasi gefaked, dass er Schalke wäre und Kramotzes hat geschrieben, dass Kramotzes entlassen wurde, das hat einfach Sport1 in ihrer Übertragung von Kallen gegen HSV dann einfach gesagt, als wäre es eine offizielle News, die haben sich schön von Twitter verarschen lassen, auch bei beim Twitter-Game, Twitter einfach geil, Internet einfach geil, diese Thematik gerade mit Augsburg und Pepi sollen glaube ich die meisten mitbekommen haben und irgendwie auch das Zitat, dieses geil-Grafik, dieses Zitat gefälscht, von wegen, meins er hat mich angepinkelt und sowas in der Dusche, ich bin jetzt einer von, ich bin jetzt in Deutschland angekommen und so weiter, ich bin jetzt einer, ich bin jetzt sein Spieler, wo dann selbst Augsburg selber gesagt hat, das ist ein Fake und selbst manche, ja recht, haben ja da minder große Medien darüber geschrieben haben, von wegen, guck mal den Fake hier an und sowas, also das Internet, das Internet ist einfach ungeschlagen, das Internet ist und bleibt einfach ungeschlagen, aber zurück zum Elfmeter, der kriegt ein mini, mini Züpferchen mit, kommt eh nicht an den Kopfball ran und danach kriegt der Schiri richtig Stress, weil ihm 5 Kölner Spieler gleich aufessen, auf dem Platz, so wie die auf den Aufgesprintheit gekommen und dann gibt er halt diesen Elfmeter. VAR hat es auch gegeben, diesen Elfmeter brauchst du im Leben nicht geben und das Wichtige hier ist halt, dass das derselbe Schiedsrichter war, der unser Spieler gepfiffen hat. Der hat diesen Witz Elfmeter gepfiffen für Köln und das TBD-Ding nicht. Also da ist mal wieder Case Closed zum Thema Videobeweis, da ist wieder absolut Case Closed, das Thema erledigt, das ist unglaublich, sowas. Das ist unglaublich, sowas. Natürlich am Ende hat er zum Glück nochmal Karma gesiegt, weil Köln jetzt den Elfmeter nicht verdient gehabt und damit auch das Unentschieden nicht. Hab das Spiel nicht gesehen, vom Spielverlauf vielleicht her, aber hätten sie den Elfmeter nicht bekommen, wären sie ausgeschieden. So, ganz einfach. Sind sie auch am Ende, weil dann hier, weiß ich was, war Duda, war es Kainz? Ich glaube, Kainz war es, der dann auf dem Elfmeterpunkt quasi ausgerutscht ist, Ball zweimal berührt hat und damit der Elfmeter nicht regelkonform war, ungültig war und damit rausgeflogen. Tim Walther weiter mit dem HSV im Pokal. Am Sonntag haben wir VfB-Action im Doppelpass. Sportdirektor zumindest Sven Müssentat wird per Live-Schalte reingeballert in die Sendung und auch Carlos Urbina hier bei uns, Redakteur von SCN, SCZ, mein VfB, ist da auch am Start. Der VfB sucht mal wieder Greenkeeper, das Stellangebot kommt auch ständig rein, wir suchen Greenkeeper, Stelle ist Vollzeit, ungefrästet, ab sofort, bla bla bla, das suchen wir auch ständig. Also irgendwie Greenkeeper hat man auch keinen Bock, aber gut, wenn man unseren Rasen anguckt, ist er glaube ich unter anderem Greenkeeper, ich weiß nicht, ob der noch mehr macht, aber wenn man unseren Rasen anguckt, dann hätte ich da auf den Job auch keinen Bock gefühlt, jede drei Monate, die wir anhören, so ein bisschen, was wir für einen scheiß Acker haben und es bessert sich gefühlt nicht die Situation von unserem Rasen. Wir machen jetzt ein bisschen Überleitung und machen hier noch mit letzten News quasi auch schon ein bisschen zum Thema Impfen und Corona und wie auch immer und gehen dann gleich rüber in Richtung Stadion zum Schluss noch. Alter, ich labere ja wirklich am Ende einer Stunde. Ich werde am Ende einer Stunde gelabert haben. Heilige Scheiße. Ja, das ruft dann auch wieder gefühlt kein Mensch auf. Ich freue mich auf 70 Aufrufe maximal, Kappa. Nur noch drei statt sechs Monate. Der Bundesrat hat den genesenen Status von heute auf morgen halbiert. Quelle vom Spiegel und dann die Frage, was bedeutet das für unsere genesenen Spieler, die ungeimpft sind oder auch in Kalajic, von dem weiß man auch nicht, ist er geimpft, ist er nicht geimpft und natürlich auch alle, die nicht geimpft sind und halt durch genesenen Status vielleicht kicken konnten. Das alles ist massiv halbiert. Bin immer gespannt, ob da bei uns irgendwann mal Themen aufkommen, dass noch mehr Spieler neben einem Lidawi nicht für uns spielen können wegen Corona und eben dann Impfung und so weiter in dem Zusammenhang. Jetzt aber Themenwechsel oder quasi Themenwechsel. Hitzesberger für Öffnung Stadien sind keine Infektionsherde. Das wurde ja auch schon statistisch belegt und ausgewertet und so weiter und so fort. Bei dem leidigen Thema habe ich auch schon tausend Mal darüber geschwätzt. Ich versuche mich hier recht kurz zu halten. Baden-Württemberg gerade Intensivbetten gehen runter weiterhin. Dafür klar, Normalstationen, da kommen bestimmt jetzt mehr Leute drauf. Aber Intensivbetten, die ja auch ein Faktor sind für unsere Stufenregelung in Baden-Württemberg, wann welche Warnstufe, Alarmstufe 1 oder Alarmstufe 2 gilt, da sind wir gerade deutlich drunter und noch ein bisschen weg davon, aber fast auf dem Weg zur Warnstufenmarke. Also wir waren gerade eigentlich in der Warnstufe 1. Ne, wir wären in der Warnstufe, sorry, wir wären in der Warnstufe, sind fast noch, wenn es noch drastischer runtergeht, sind wir, was Intensivbettenbedingungen angeht, unter der Warnstufe, also in gar keiner Stufe mehr von der Hospitalisierungs-Inzidenz her, was ja der andere Grund ist, sind wir immer noch in der Alarmstufe 1, aber wir sind ja gerade eingefroren bis zum 1. Februar, steht hier drin, in der Alarmstufe 2 wegen der Omikron-Angst. Und da hat dann die Profiligen fordern jetzt eine Fan-Rückkehr. Wir haben am Montag, soweit ich es weiß, am 24. haben wir wieder eine Bund-Länder-Konferenz im Bund-Länder-Treffen und da wollen scheinbar dann natürlich Bundesliga, was ist die Handball-Bundesliga-Eishockey ist das, glaube ich, und Basketball, ne? Die ganzen Kürzel hier alle weiß, fordern natürlich wieder an, ja, einfach wegen dieser Existenzbedrohung, durch keine Ticketeinnahmen, wollen sie wieder standortbezogene Zuschauer-Konzepte haben und eine Rückkehr haben. Wäre ich auch voll dabei, wie gesagt, klar ist Geschenke hoch, die Inzidenzen gehen hoch, bla bla blub, trotzdem, man ist es einfach leid mittlerweile und ganz zahlenunabhängig, ich will wieder zurück ins Stadion mit 2G plus und mit wie auch immer, mit Abständen und wie auch immer, ist das ja auch alles irgendwo möglich und irgendwo erdenkbar und bestimmt kann man da wieder Geschichten machen, wo dann auch keine Riesengefahr ist, in ein Stadion zu gehen. Interessant ist auch, dass das vielleicht sogar in Baden-Württemberg, ich will noch auf überhaupt nichts hoffen, mit hoffen bin ich vorbei in dieser ganzen Pandemielage, vor allem im Zusammenhang mit Fußball und Stadion und Zuschauern. Hoffen ist vorbei, das Thema Hoffen ist vorbei bei mir so. Leichtes Hoffen ist da, weil, haben wir jetzt auch heute raus, dass Landbahn-Württemberg will ein reguläres Stufensystem wieder in Kraft setzen mit Anpassungen, also es könnte möglich sein, dass man, weil man eben mittlerweile merkt, dieses Infektionsgeschehen, Inzidenz, lohnt sich gefühlt bald nicht mehr, die ist nicht mehr zu kontrollieren, da wird auch das RKI jetzt dann ab nächster Woche oder eben auch zur nächsten Woche, da können sie einiges tun nächste Woche, scheinbar auch quasi wieder neue Parameter dafür machen oder neue, ja, neue Gründe quasi, neue feste Zahlen und sowas sich quasi nehmen und errechnen und so weiter, nach denen dann quasi Verordnungen und halt Regeln gelten, also nicht mehr Inzidenz, sondern jetzt irgendwie zum Beispiel, wie viel Prozent von denen, die gerade wirklich infiziert sind, auch wirklich einen schlimmen Verlauf haben oder überhaupt einen Verlauf haben, weil genügend, die einfach infiziert sind, aber davon nichts spüren, weil sie einfach quasi keinen Verlauf haben, weil sie halt geimpft sind oder wie auch immer und da wollen sie scheinbar dann irgendwie auch vielleicht zurückkommen, weil eben ein Verwaltungsgerichtshof, das Einfrenz, diese Alarmstufe 2, von dem ich gerade gesprochen habe, in Teilen für rechtswidrig erklärt hat, also es könnte passieren, Kurzfassung, dass wir irgendwie wieder zu dem Stufensystem zurückkommen, die warten natürlich auch noch das Bund-Länder-Treffen ab am Montag, aber es könnte sein, das wäre zumindest gerade der Plan, der Plan, der aus dieser Überschrift herausgeht, dass wir zu diesem Stufensystem zurückkehren, damit wären wir ja gerade aktuell nicht Alarmstufe 2, sondern Alarmstufe 1. Alarmstufe 1 gibt ja gewisse Freiheiten für Stadion, ich weiß nicht genau was, aber ich glaube irgendwie 15.000 mit 2G+, oder vielleicht auch 15.000 mit 2G+, bin ich gerade gar nicht 100% sicher, auf jeden Fall würde es wieder Raum geben, um ein Stadion wenigstens wieder mehr oder minder zu füllen und darauf kann man sich vielleicht mini, mini, mini Hoffnungen machen auf das Thema oder wenn eben Hospitalisierung und noch mehr runter geht, dann füllen wir vielleicht sogar in der Warnstufe, aber wenn sie Anpassungen machen und neue Parameter kommen für Bestimmungen, dann ist auch vielleicht Warnstufe und Alarmstufe wieder an andere Sachen gebunden, deswegen merke ich gespannt, was nächste Woche passiert, vielleicht, es gibt eine Mini-Chance, dass wir vielleicht wieder eine gewisse Form von Zuschauerrückkehr haben, weil wir haben ja bei uns tatsächlich im Stadion absolut niemanden, auch in der gesamten Bundesliga ist ja klar, hier, Frankfurt-Bielefeld, 1000 Zuschauer waren zugelassen heute Abend, Gladbach-Unions sind 57 zugelassen, dasselbe gilt für unser Spiel in Freiburg, für Hoffenheim, für Leverkusen, für Bochum, 0 Zuschauer zugelassen in Fürth, 1000 zugelassen bei Leipzig-Wolzburg und 3000 zugelassen bei Hertha gegen Bayern und auch bei uns in den Heimspielen, weil meistens ist ja irgendwie von wegen so, die Hälfte davon geht an VIPs und Vereinsinterne und so und die andere verlosen wir an glückliche Zuschauer, bei uns kommst du ja an gar keine Karte ran, bei uns geht ja alles an irgendwelche Vereinsfreunde und Mitarbeiter und Schießpilot, bei uns kommst du ja an keine einzige von diesen 750 Karten ran, auch ein debattierbares Thema, auch ein bisschen frech, ich meine 750 Zuschauer, brauchst du eh nicht groß machen, bockt sich eh nicht krass da in Schein zu gehen, aber trotzdem frech, weil bei anderen Klubs sieht das Teilhalten der Hinsicht auch anders aus, zum Thema Aussehen ist auch natürlich eine sehr spannende Nummer, du bringst halt dann 750 Fans rein, zum Beispiel auf Schalke ist das Bild, hast über 60.000 Sitzplätze frei und packst diese 750 Fans in zwei Blocks, das macht total Sinn, man könnte es ja auch nicht besser verteilen, ich meine klar, du musst nicht jeden Block dafür aufreißen, es hat auch alles Personalkosten und schießt mich tot, aber das Bild ist einfach geil, du darfst diese Arena nicht füllen gefühlt, du darfst keinen Menschen ins Stadion lassen, nur irgendwie 750 Hansel dürfen ins Stadion rein und die hockst du dann, der Grund ist ja, Abstand, Infektionsketten, Infektionsgeschehen nicht auch noch im Stadion begünstigen und so weiter, dann nimmst du diese 750 Hansel, die irgendwie rein dürfen in den 60.000er Stadion und presst die in zwei Blocks rein, das ist halt, das ist halt wieder einfach maximal dumm einfach, zum Abschluss hier noch, auch der Ministerpräsident Hessens ist scheinbar für eine begrenzte Rückkehr von Zuschauern und auch da steht immer drin, dass ja wie gesagt die Corona-Bund-Länder-Beratungen anstehen am Montag, mal gucken, was nächste Woche so passiert, ob da mal was kommt zu dem Thema, wir hätten ja ein bisschen Zeit auch Sachen umzusetzen, wir spielen jetzt in Freiburg, dann ist erstmal, auch die hätten alle, wie gesagt, ihre gesamten Geschichten, ihre Schutzmaßnahmen und so weiter und ihre Konzepte und sowas auszuarbeiten für eine mögliche Rückkehr, haben sie Zeit, weil in der Woche ist kein Bundesliga, die haben genau, also ab Montag fast zwei Wochen Zeit, sich auf sowas vorzubereiten, auf Verkäufe, auf Planungen, wie machen wir es im Stadion mit Sitzordnung und so weiter, sie hätten Zeit, bin mal gespannt, was passiert, bin gespannt, wie viele es bis hier zum Ende geschafft haben, wir werden wirklich gleich bei einer Stunde sein, viele Nummer Jungs, aber hat mir Bock gemacht, alles auf einmal rausgeballert, da fällt irgendwie so eine gewisse Form von Stein von Herzen bei mir gerade, Vorbrich hat man am Anfang drin, jetzt auch die News, war ein fettes Ding, mit jeglicher Meinung von euch, zu jeglichem Thema, ab in die Kommentare da mit rein, wir gehen in den Stream, wir bleiben irgendwie hoffnungsvoll, wir bleiben drin in dieser Drecksliga, Egal wie scheiße läuft, läuft scheiße, es auch gerade sein mag, wir bleiben irgendwie drin, wir sehen uns im Stream in anderen Videos, ich bedanke fürs Zuschauen und natürlich auch hier vor allem fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.